Das ist die Anlage. Wir liegen hier unter den Olivenbäumen. Da irgendwo. Da ist der Pool. Nochmal. Da hinten liegen wir. Hier ist der Pool. Hier sind die Flüge berbräuchte. Das ist der Ruhige. Sprengen du die ja nicht? Doch, doch. Ich glaube, die werden ja schon runterheffen. Wir suchen Eidechsen. 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 Wir suchen Eidechsen.